Haubitzen! 12 und 24 Pfunder geriffelte Feldkanonen mit Hinterlader. Sie haben eine Reichweite von 5 Kilometern mit unerhörter Präzision. Halten Sie sich die Ohren zu, meine Herren! Der Krach an sich ist tödlich. Es ist jetzt 16.15 Uhr und wir beginnen mit der Erschöpfung der dänischen Schanzen. Meine Herren, Haubitzen! Wir sind jetzt!